Der SC Freiburg konnte den FC Augsburg mit 2 zu 0 zu Hause besiegen und zu dem Spiel gibt es jetzt mal so ein bisschen meine kleine Taktikanalyse, vor allem mit Fokus auf den SCF. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein, hoffentlich genauso gut wie der SC, der ja direkt am Anfang den Elfmeter rausholen konnte, der auch vor allem der Formation im eigenen Ballbesitz geschuldet war, die taktisch schon sehr interessant war. Wir schauen es uns hier direkt mal an und zwar hat Streich in einem 3 Raute 3 im hohen Ballbesitz spielen lassen, was ich schon sehr interessant und auch cool finde, weil das ist ja schon eher eine modernere Formation, die aktuell häufig praktiziert wird, sei es von City beispielsweise im Champions League Finale oder auch von Stuttgart gerade des öfteren unter Hoeneß. Und auf jeden Fall sehr interessant, dass er sich da nicht vor den aktuell angesagten Formationen irgendwie versteckt und da halt eben auch den Trend mitgeht, was gerade aktuell und dementsprechend auch gut ist. Also eben 3 Raute 3, hinten die 3er Kette, Eggestein als 6er, linker 8er Grifo, rechter 8er Keitel, der so ein bisschen vorschiebt, Doran als 10er und dann halt eben vorne drin als Fixpunkt Höhler und auf den Außen die Ringbacks mit Kübler links und Scholloi rechts. Wir sehen es auch hier, das Ganze kann auch recht breit interpretiert werden, also die Raute im Zentrum, das ist jetzt nicht so, dass alles extrem eng im Zentrum ist, wir sehen hier Grifo recht weit außen und dann gehen wir eben über zum Tor, das eben auch gewissermaßen dank der Formation im Ballbesitz gefallen ist. Und da ist es eben auf der anderen Seite, wie man hier sieht, Keitel recht weit außen als rechter 8er, der erhält hier eben den hohen Ball, verarbeitet ihn gut und steckt ihn dann eben weiter auf Scholloi, der von rechts außen eingestartet ist und dann halt eben den Elfmeter gegen Iago rausholt. Was man sagen muss, Keitel hat hier den Ball erhalten, da er eben frei war im Mittelfeld, Augsburg hatte ja eigentlich nur ein 2-Mann-Mittelfeld mit Breithaupt und Rexbetschei, dementsprechend hat man die mit einer Raute extrem gut überladen, hatte da eigentlich immer eine Überzahl, deshalb war Keitel frei. Die Innenverteidiger von Augsburg waren immer so ein bisschen unsicher, hier in dem Fall ist es eben als äußerer Innenverteidiger Udo Kai, der so ein bisschen an Dorn dran ist, um halt eben das zu unterbinden, dass immer einer in der Raute frei ist, dementsprechend wird aber der Platz frei, in den Scholloi rein startet und dann halt den Elfmeter wie gesagt rausholt. Also gute erste Szene, dennoch hat es Augsburg dann so ein bisschen tiefer verteidigt und Freiburg kam nicht mehr wirklich durch in der ersten Hälfte, weshalb sich dann Streich dazu entschieden hat, den Aufbau für die zweite Halbzeit so ein bisschen zu ändern. Generell muss man sagen, man hat gegen den Ball die ganze Zeit in einem 5-2-3 bzw. tiefer in einem 5-4-1 verteidigt, also gegen den Ball immer in einer 5er-Kette, sowohl in der ersten Halbzeit, wo man auch mit 3er-Kette im Ballbesitz gespielt hat, als auch in der zweiten Halbzeit, wo man dann, wozu wir jetzt kommen, in einer 4er-Kette im Ballbesitz gespielt hat. Man hat dann nämlich umgestellt auf einen 4-2-Aufbau, also mit einer klaren 4er-Kette. Sildilia ist auf die Rechtsverteidigerposition, dementsprechend gab es auch gegen den Ball so ein bisschen eine Änderung der 3er-Kette, sag ich jetzt mal, zwischen den Innenverteidigern. Ich denke, Streich wollte da einfach so ein bisschen eine sichere Variante im Aufbau mit mehr Spielern hinten, ist aber nicht ganz so aufgegangen. Augsburg ist dann halt eben höher drauf geschoben. Wir sehen hier ja auch vorne die zwei Stürmer, die zustellen. Dann im Mittelfeld die zwei Achter bzw. Sechser werden auch von den gegnerischen Sechsern zugestellt. Und die Außenverteidiger werden hier auch zugestellt, in dem Fall von Mbappu rechts und links von Demirovic. Und so kam man dann nicht mehr wirklich zu großen Chancen, hat sich so ein bisschen verpokert mit der Aufstellung der zweiten Halbzeit. Klar, man macht noch das Standardtor, aber ansonsten war Augsburg tatsächlich gefährlicher in der zweiten Halbzeit. Aber man hatte doch auch so ein bisschen mehr Sicherheit durch die Umstellung und konnte dann so den Sieg nach Hause bringen. Auch wenn es ein bisschen glücklich war, wenn man sieht, was Demirovic für eine Chance vergibt. Aber ich glaube, auch so wäre nicht unbedingt viel angebrannt. Man kann es nicht sagen, aber im Endeffekt auf jeden Fall interessant, was man in der ersten Halbzeit für einen Ansatz gewählt hat. In der zweiten Halbzeit dann ein bisschen defensiver eingestellt, aber im Endeffekt nicht ganz so überzeugend, wie man es vielleicht gewohnt ist aus der Vorsaison. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen und ich hoffe, man kann darauf aufbauen für die nächsten Spiele. Auch wenn jetzt natürlich Top-Gegner kommen mit West Ham, mit Bayern. Aber mal schauen, was da so zu holen ist. Das auf jeden Fall soweit meine Erkenntnisse zum Spiel. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mir zustimmt oder ob ihr irgendwas anders seht. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn das euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!